Ich begrüße euch zu meinem neuen Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Wahlprogramme. Am laufenden Band finden in Deutschland Wahlen statt. Kommunalwahlen, Landtagswahlen, die Bundestagswahl und die Europawahl. Für alle Wahlen erstellen die Parteien Wahlprogramme, die jedem zeigen sollen, was von welcher Partei versprochen wird. Wahlprogramme sind Wahlversprechen. Da sich viele Wähler nicht die Mühe machen, in Wahlprogramme hineinzuschauen und diese zu lesen, bekommen es auch viele nicht mit, dass sie sehr oft belogen und betrogen werden. Selbst Inhalte aus Wahlprogrammen, die in Interviews und Talkshows sowie in Wahlkampfveranstaltungen genannt werden, sind bei den meisten Parteien nach der Wahl vergessen. Erst recht bei Dingen, die dem Bürger einen Vorteil bringen würden. Das ist aus meiner Sicht eine Wählertäuschung. Spricht man dieses an, so wird von verantwortlichen Politikern immer angemerkt, dass man in Koalitionsverhandlungen auf Kompromisse angewiesen sei und deshalb das eine oder andere nicht umgesetzt werden könne. Schaut man aber genauer hin, sieht man, dass vieles, was dem Bürger versprochen wurde, in Koalitionsverhandlungen nicht mal thematisiert wurde. Wenn in solchen Verhandlungen eine Forderung vorgebracht wird und es nicht in den Koalitionsvertrag schafft, wurde es zumindest versucht. Bleibt der Versuch aus, ist von einer Lüge und Wählertäuschung auszugehen. Deshalb sollte der Koalitionsvertrag kein Ergebnis einer Verhandlung sein, sondern das Abstimmungsergebnis einer Volksabstimmung. Gleiche Positionen künftiger Koalitionspartner kommen in den Koalitionsvertrag. Genauso alles, von dem nur eine Partei etwas in ihrem Wahlprogramm versprochen hat. Ohne Gegenkonzept des Koalitionspartners. Gegensätzliche Positionen sollten dem Wähler vorgelegt werden, was verbindlich in den Koalitionsvertrag geschrieben werden soll. Unter dem i findest du ein Video zum Thema direkte Demokratie. Wenn nach solch einer Volksabstimmung das Regierungshandeln legitimiert wurde, ist es in jedem Fall gerechtfertigt, anders als jetzt, wenn Wahlversprechen nicht zur Umsetzung kommen. Der Koalitionsvertrag nach der Volksabstimmung muss verbindlich sein für die Regierungsparteien. Punkte, die in keinem Wahlprogramm angekündigt und versprochen wurden, bedürfen einer weiteren Volksabstimmung. In meinem Video mit dem Titel des AfD-Paradoxon habe ich bereits auf ein weiteres Problem hingewiesen. Das Video findest du oben unter dem i. Jede Partei hat Wahlprogramme und somit dem Wähler etwas versprochen. Auch die Oppositionsparteien. Wenn eine Oppositionspartei nicht mal versucht, durch Anträge im Parlament ihre Position umzusetzen, ist dieses genauso eine Wählertäuschung wie das Außenvorlassen von Inhalten bei Koalitionsgesprächen. Wenn dem Wähler etwas versprochen wurde und in der Abstimmung gegen die eigenen Wahlprogramminhalte abgestimmt wird, ist es ein Betrug. Bei den meisten Abgeordneten in Parlamenten geht es bei der Zustimmung oder Ablehnung zu dem Thema nicht mehr um das Thema, sondern nur noch darum, wer ein Thema auf die Tagesordnung brachte. Dafür wird der vorgenannte Betrug zur Tagesordnung. Als Ausrede wird das freie Mandat vorgebracht. Wie frei ist aber ein Mandat, wenn man unter Fraktionszwang steht? Normal sollte die ganze Fraktion gemäß dem gemeinsamen Wahlprogramm einig abstimmen, um die Versprechen zu erfüllen. Die Koalition gemäß dem durch eine Volksabstimmung legitimierten Koalitionsvertrag. Alternativ könnte auf die Regierungskoalitionen und Fraktionen vollständig verzichtet werden und jeder Abgeordnete entscheidet gemäß seiner Wahlversprechen. Individuelle Positionen sollten jedoch vor der Wahl dem Wähler bekannt sein. Da so viel Täuschung im Vordergrund steht, bleibt immer die Frage, wie man sich bei einer Wahl entscheiden soll. Eine Partei oder einen Kandidaten zu wählen, weil man das gewohnt ist und das schon immer getan hat, ist der falsche Weg. Man sollte sich von allen Parteien, die aussichtsreich zur Wahl stehen, die Programme zumindest in der Kurzform durchlesen. Das Parteiprogramm, welches die meisten Übereinstimmungen mit der eigenen Überzeugung bietet, sollte die Wahlentscheidung primär steuern. Alle Programme von allen Parteien haben gute und weniger gute Inhalte und auch Überschneidungen der Inhalte. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, wie loyal diese Parteien sich selbst gegenüber sind. Wurden Wahlversprechen versucht umzusetzen durch Einreichen entsprechender Anträge, wurde entsprechend der Wahlversprechen in für dich wichtigen Themen abgestimmt oder wurden einige Wahlversprechen ignoriert? Das Abstimmungsverhalten kann man erfahren auf den Webseiten des Deutschen Bundestags und der Landtage. Ist das Abstimmungsverhalten der gewählten Partei im Bundestag dasselbe wie im EU-Parlament? Die Links zu den Webseiten von Landtagen, aber auch zum Bundestag und dem EU-Parlament findest du in der Videobeschreibung. Ich bin der Meinung, dass Politiker, die ihre Wahlversprechen nicht einhalten, es nicht wert sind, in einem Parlament zu sitzen. Solche Abgeordnete und Parteien müssen aus den Parlamenten herausgewählt werden. Nur die Parteien und Abgeordneten, die sich an ihre Wahlversprechen halten und sich für das Wohl ihrer Wähler einsetzen, sollten deine Stimme bekommen. Aber wie seht ihr das? Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr es anders seht. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und gebt mir einen Daumen nach oben. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram und Twitter folgen. Euer Jörg. Wenn ihr schon dieses Video bis hierhin gesehen habt, dann sind die beiden Videos bestimmt auch etwas für euch. Nötigenfalls die Playlist, wo jede Menge andere Videos für euch zur Verfügung stehen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.